hey meine freunde was geht ab bei euch x7 hier am start am simsons freitag mit einer kleinen überraschung ich weiß gar nicht was hier los ist lesen wir uns das mal durch und dann schauen wir mal ob wir dann an unserer farm weiter bauen können heute macht ein weiterer verrückter food trend die straßen von springfield unsicher der süß saure lasagne burrito von general change taco italiano oh mein gott wieso kommt so was wenn ich hunger aber ich habe ich habe echt hunger oh man das ist das ist gefährlich schauen wir einmal was die menschen hier zu dieser ungewöhnlichen ehrlich gesagt reichlich eklig klingenden kulinarischen kombi zu sagen haben naja so schlimm klang das jetzt gar nicht denke ich dieser mann hier hat nicht nur ein sondern gleich mehrere süß sauren lasagne burritos gekauft eigentlich das wäre voll cool oder würdet ihr es kaufen also probieren ich würde es auf jeden fall probieren warum nicht süß sauer ist sowieso immer gut und lasagne mag ich sowieso und burritos sind auch ganz nice denke ich ja die sind hier für meinen blog her der schwimmringe dort rezensiere ich gerichte immer aus drei situationen im restaurant im auto und zu hause aber sie haben ja mehr als drei von den dingern dabei die extra burritos will ich zu überteuerten preisen weiterverkaufen wenn es im restaurant keine mehr gibt naja bitte sie müssen mir helfen die bei general chang da heißen die wirklich general chang chang general chang wahrscheinlich haben keine süß sauren lasagne burritos mehr ich brauche einen ich zahle jeden preis naja homer typisch klar das macht 600 dollar ja für den preis würde ich nicht kaufen juhu schlägt ein oh no hola hola ich nehme nur bares in bitcoin oder gamestop aktien no way no way ich habe übrigens gerade eben ein video über bitcoin gemacht für alle die sich dafür interessieren schaut auf meinem zweiten channel vorbei ich verlinke es mal hier oben im im video kann man da überhaupt ein fremdes video verlinken ich weiß nicht oder kann man nur videos vom eigenen kanal verlinken wenn nicht dann verlinke ich es in der beschreibung eines davon kenne ich über gibt bargeld hier jetzt her mit meinem burrito isst was achso isst kompletten burrito und wie war er das war der beste burrito den ich je gegessen habe jetzt habe ich echt hunger darauf oh no aber war er 600 dollar wert 600 dollar welcher idiot würde so viel für einen burrito ausgeben nun sie nein oh shit ich bin kent rockman guten abend und viel glück beim versuch noch einen dieser burritos zu ergattern das war ja im fernsehen jetzt live anscheinend koronarkapitalismus was das zwar homer 20 süß sauer lasagne wo reagiert hat er denn jetzt 20 plötzlich ja dass kent rockman um einen happen bitten und dass comic buch comic verkäufer 12.000 dollar in bar einzahlen das heißt da hat oh mein gott what what okay gut dann schauen wir mal wo die hingehen wir verfolgen den mal nein hier so wir verfolgen den mal wo der hingeht wahrscheinlich geht jeder aber zu einem anderen ort homer läuft nach da unten also wir sehen da gerade homer da ganz unten rechts in der bildschirmhälfte der geht woanders hin er geht wahrscheinlich zu wohin geht er zu seinem comic buchladen maybe würde vielleicht sinn ergeben oder zur bank aber haben wir überhaupt eine bank hier i don't know i don't know zu lange nicht mehr meine stadt besichtigt muss ich mich noch mal umschauen wer weiß wo er hingeht homer ist auf jeden fall schon mal fertig dann sehen wir gleich wo er hingegangen ist wenn wir auf ihn tippen ich möchte aber den comic buch verkäufer noch ein bisschen comic verkäufer nicht comic buch verkäufer comic verkäufer noch ein bisschen verfolgen um zu schauen wo er denn wirklich hingeht das interessiert mich jetzt sehr what wo geht er denn hin what also merkwürdig aber gut lassen wir uns überraschen ich hoffe euer tag war schön wir haben ja heute wieder wochenende gut dass ich das immer donnerstags aufnehme und dann noch mich so fake freude vortäuschen muss weil ich nur einen tag arbeiten muss aber gut am freitag wenn ihr dieses video seht wenn ich es hochlade dann oder wenn ich es hochgeladen habe dann noch ein paar stunden wahrscheinlich weil es ja immer auf auf einen zeitpunkt der tiere dann habe ich frei und dann habt ihr auch hoffentlich frei und ein schönes wochenende erwartet uns alle und montag ist ja sogar feiertag oh nice very nice wo gehst du denn hin komme ich verkäufer oh mein gott what was sollte das jetzt bitte wieso ist der da über die wiese gegangen und dann wieder hoch kurze orientierungsprobleme kann ja in die rakete steigen und dann zum mond fliegen der geht jetzt wahrscheinlich hier runter vielleicht haben wir wirklich eine bank irgendwo unten in der ecke stehen ne ja aber geht der über wasser oh mein gott what 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 hier ach das ist die bank what das ist die schnee der ist zur schneebank gegangen ah und er ist bei luigi's ok zur schneebank ich weiß gar nicht dass ich eine schneebank habe homer können wir einmal etwas anderes anschauen als dieses sacklochspiel aber aber heute steigt das freundschaftsspiel zwischen polen und der elfenbeinküste die säcke sind echt heiß sage ich dir what also gut noch zwei würfe dann wechseln wir den sender na gut dann sehe ich mir halt später an wie sich diese arroganten aber nicht zu arroganten spieler der elfenbeinküste geschlagen haben wechselt den sender dann probieren wir mal den neuesten tortillatrend aus springfield general junk süß sauren lasagne burritos hey das ist der promi koch scotty boom und er testet mein lieblings burrito beißt ab beißt ab nichts passt besser zusammen als lasagne und guacamole ich bewerte general chunks süß sauren lasagne burrito mit null sterne null sterne aber das ist general chung man kann kein general sein ohne sterne naja als promi koch ist es irgendwie seine aufgabe das essen das er probiert ehrlich zu bewerten wobei es ja eigentlich sein sein subjektiver geschmack ist oder also das ist schwierig schwierig wenn man irgendwas nicht mag heißt es ja nicht dass es automatisch schlecht ist naja oh ich bin scotty boom ich mache grundlos leckere burritos runter weil ich ein fernsehkoch mit einem tollen künstlernamen bin scotty boom ist mein wirklicher name schreit scotty boom was machen sie denn hier die bei kou tv fanden es so toll wie ich über das essen ihrer heimatstadt hergezogen habe dass sie mich nach springfield geschickt haben um eine ganze sendung darüber zu machen wie eklig dieser burrito schmeckt sie sind aber nicht wegen meinem auflauf hier oder what scotty boom ist in der stadt und will den ultimativen kochwettbewerb starten wow das kam jetzt mega unerwartet essensschlacht nice also ich hatte in den letzten tagen wochen immer das problem dass mein springfield immer wieder geupdatet hat also immer wenn ich es gestartet habe mussten wieder alle dateien neu runtergeladen werden das war mega nervig und hat mich sehr aufgeregt und eben wurde wieder was runtergeladen ich dachte so nein bitte nicht schon wieder ich möchte doch jetzt aufnehmen und dann kam halt das jetzt ja auch cool war eine schöne überraschung können die küche springfields den promi koch schlagen ohne tricks neues event oh boy da muss die farm noch eine folge warten aber oh nice so hier gibt es wieder sachen wenn man downloads kauft dann haben wir das hier oh boy das sind so mehrere einzelgebäude zu so einem verflechtet oder zusammengebaut interessant also die kann man auch auseinanderrücken dann gibt es einmal das hier das gefällt mir nicht so sehr dann gibt es das café hier gab es auch schon früher alles das hier gibt es jetzt neu mit dem flugzeug okay dann retro lot land mit einer person okay ich glaube den habe ich sogar schon nur nicht die person dabei CBGB also sehr viele komische gebäude die ich jetzt persönlich nicht so hübsch will den muss ich zugeben Eskimos oh das ist lustig Luftwaffels Pink Beardy Joghurt Kaffee Kafka Bob's Big Buddha Made Nimmersatt die Namen sind cool Jittery Joe's Coffee Le Petit Appetit na das sieht eigentlich ganz süß aus Shaboomka Boom Kaffee das sieht aus wie so ein Atompilz und dann noch zwei andere Gebäude die ich jetzt nicht so toll finde okay ja neues Event cool nice Hey Springfield euer Parmesan Hähnchen von Luigi ist genau wie ihr Burger Fett geschmacklos und voller Käse oh nein jetzt wird er alles kritisieren das ist das Parmesan Hähnchen Rezept meine Ur 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 Großmutter die Geheimzutat dafür hat sie dem Priester auf dem Sterbett ins Ohr geflüstert und diese Geheimzutat ist dass es abartig schmeckt schaltet den Fernseher aus ich mag diese Boomy Typen nicht wer fliegt denn einmal durchs ganze Land um Menschen in einer Kleinstadt zu beleidigen ist schon nicht nett wir müssen Scotty Boom das echte Springfield zeigen hier gibt es massig tolle Köche und eine echt kulinarische Vielfalt Apropos kulinarische Vielfalt wer hat Lust mehr ein paar süß saure Lasagne Burritos zu besorgen ich würde ja selber gehen aber leider bin ich noch im Burrito Koma Dad das ist eine ernste Sache ja Lisa ich helfe dir komm ruf mich an ich bin sofort dabei ich werde sogar mehr einen Tag Urlaub für dich nehmen leider existiert sie nicht im echten Leben ich habe noch keine gefunden jedenfalls so wenn Scotty Boom den kulinarischen Ruf von Springfield ruiniert werden all die guten Köche hier ihre Sachen packen und übersiedeln in das einzige Land das auch miserable Köche nimmt oh no die Elfenbeinküste nein Polen nein Spaß nein England nur weil eben Polen und Elfenbeinküste ihr versteht schon ja England okay wenn alle Köche Springfields nach England gehen bedeutet das ade Captain Corndogs Schnitzepalast Adieu Chili Blaster Farewell Chuck Duke Wagens amerikanische Eintopf Lounge und was wird aus Cholesterin King Lisa was wird aus dem Cholesterin was Cholesteroppa 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 I don't know die gehen natürlich auch nach England oh no wobei ich denke dass der doppelte wie heißt das denn jetzt Cholesteroppa 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 I don't know da nicht die verdiente Anerkennung bekommen wird mir egal welche Gesetze ich brechen muss ich werde diesen Miesmacher Scotty Boom aus dem Weg räumen okay so Teil 1 schauen wir uns das mal an wir müssen Räucher vielleicht sammeln wir bekommen ein Gebäude hier das nächste Gebäude sieht ganz cool aus die Dekoration ein bisschen weird die Dekoration ne und dann den Charakter okay cool dann gehen wir zum Bürgermeister und dann lass Marge wütende auf Scotty Boom werden und lass Bart Scotty Boom auslachen und lass Lisa zu Markus gehen ja so einfach ist das wieso kann sie jetzt nichts machen weird weird aber wir können sie noch für andere Sachen einsetzen hier zum Beispiel ich hab nämlich noch ein paar Sachen vom alten Event die noch offen sind weil ich nicht hinterher kam waren einfach zu viele Sachen ja das soll es mit diesem Video erstmal gewesen sein ich freue mich sehr auf das neue Update cool also ein paar Sachen sind ja ganz interessant oder ganz schick freuen wir uns drauf in der nächsten Folge geht es erstmal weiter mit unserer Farm da werden wir noch ein bisschen Deko einbauen und ja wie gesagt für alle die sich für Kryptowährungen und Investitionen interessieren I don't know ob es hier welche gibt schaut mal auf meinem zweiten Channel vorbei so ich hoffe euch geht es gut wir sehen uns im nächsten Video wieder haut rein Freunde bis zum nächsten Mal ciao